Giro jetzt, das sieht so einfach aus, was sie hier machen, aber dieser Ball, Olivier, Giro, der Ball ist drin, sie gehen in Führung. Martial, super gemacht. Chance auf den Ausgleich, der Ball zappelt im Netz, sie sind zurück. Gibt's jetzt die Gelegenheit, schießt er ihn rein, er trifft ihn, Olivier, Giro. Das könnte gefährlich werden. Lecker sitzt, und da klingelt es im Kasten. Sein 50. Und die Chance. Jetzt wird's Ecke geben. Sie schalten auf, ganz stark gemacht, das gibt eine gute Gelegenheit. Alexandre Lacassette macht er ihn, ja, er macht ihn. Er macht hier sein Tor im 50. Spiel, das passt natürlich. Und jetzt kommen wir vielleicht doch noch ums Elfmeterschießen, Rumboschi. Ja, mit dem Tor gehen sie in Führung. Und klar.